Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Python Video und zwar mit einer neuen Version. Python 3.9 ist draußen und ich kann schon mal so viel versprechen, die Features sind ziemlich juicy. Die sind richtig, richtig geil geworden und ja, es ist sehr viel unter der Haube passiert, eher weniger jetzt mit Code, aber wir wollen jetzt natürlich die Coding Features direkt mal angucken und dann erzähle ich euch noch ein bisschen was über die anderen Features, die man nur ein bisschen merkt. So, bevor wir starten, eine wichtige Sache natürlich, ihr müsst die neue Python Version auch installieren, ja, also mal ein Update durchführen, falls ihr unter Linux seid, unter Windows müsst ihr das Ganze halt leider nochmal installieren, so. Python-Version, da könnt ihr dann direkt überprüfen, ob ihr die richtige Version habt. 3.9.0 ist die aktuellste Version, zumindest jetzt, wo ich das Video gerade aufnehme und die ist jetzt auch erst seit ein paar Tagen draußen, also noch nicht so lange her. So, auch hier oben müsst ihr natürlich in den Konfigurationen hier die richtige Python Version ausgewählt haben, also hier die 3.9. Ihr seht, ich habe hier noch eine 3.7er und wenn ihr die nicht zur Verfügung habt, dann könnt ihr das in PyChamp hier umstellen über File Settings und dann hier über Project Python, also quasi über mein Projekt, zum Beispiel den Interpreter hier oben wechseln, beziehungsweise hier drüben dann einen hinzufügen, falls ihr den noch nicht hinzugefügt habt. Ja, so viel als Mini-Einstieg, falls ihr irgendwie Schwierigkeiten habt, die neue Version zum Laufen zu bringen, das hat bei mir nicht automatisch funktioniert, aber gut, ich habe halt auch mehrere Versionen installiert. Und ja, jetzt zum allerersten Feature. Und zwar, wenn wir hier jetzt sagen, wir wollen ein, oder wir haben zwei Dictionaries, ja, also quasi einmal hier ein Name, eins sagen wir jetzt einfach mal Hundi dazu, ja, der heißt Hundi und der zweite Köter heißt Köter natürlich, Name2 heißt Köter. Und nein, ich habe natürlich nichts gegen Hunde, ich mag Hunde, also jetzt mir hier nichts in den Mund legen, bitte. So, und ja, wir haben natürlich dann noch Name3 ist, wie könnten wir den Hund noch nennen, Fifi natürlich, Fifi. So, und Fifi ist natürlich auch in Anführungsstrichen, damit wir ihn benutzen können. Okay, und jetzt nehmen wir hier einfach ein ganz normales Print Statement und können hier X konkateniert Y eingeben. So, und was das jetzt macht, das ist quasi ein neues Feature und das wird noch nicht mal richtig von PyCharm erkannt, das ist das Faszinierende dabei. So neu ist dieses Feature, ja, aber ihr seht, was hier passiert. Im Endeffekt fügen wir diese zwei Dictionaries hier jetzt wirklich zusammen. Das ist ein ziemlich geiles Best Practice, ehrlich gesagt, weil es einfach, ja, mir die ganze Aufgabe erleichtert. Das heißt, ich kann hier einfach wirklich zwei Dictionaries in ein neues zusammenfügen, indem ich Z gleich X konkateniert Y mache. Und dann habe ich hier quasi mein Z drin und kann das direkt so ausgeben. Das ist eben neu und ja, relativ angenehm. So, jetzt gibt es aber natürlich noch die Möglichkeit, Mensch, ich möchte vielleicht nicht unbedingt ein neues Dictionary dafür erstellen, sondern ich möchte einfach das Ganze in X reinhaben. Das heißt, ich möchte am Ende X und Y in einem drin haben. Und das kann ich auch machen, indem ich hier diesen Operator nehme und dann ein IS gleich hinten dran schreibe. Und bam, habe ich beides auf einmal in mein X reingemacht. Das ändert sich natürlich nichts, aber ich überschreibe quasi mein X, ohne dass ich jetzt ein neues mache. Also quasi den Update, beziehungsweise den Merge Operator. Das ist dieser gerade Strich hier jetzt. Und das ist ziemlich cool. Das erleichtert vielleicht euren Workflow. Eine weitere coole Sache ist allerdings folgendes. Und zwar, wenn wir jetzt hier nicht nur Name 3 haben, sondern einen Key haben, der hier oben schon verwendet wird. Nehmen wir jetzt einfach mal Name 2, weil Köter wirklich kein schöner Name für einen Hund ist. Dann nehmen wir jetzt einfach mal Rex. Und Rex ist jetzt natürlich auch ein Hundenname und der überschreibt sozusagen den Namen 2 von dem Hund. Das heißt, Köter wird überschrieben, wenn ich X mit Y merge. Und hier sehen wir jetzt, dass dieser Operator nicht ganz egal ist, wie rum ich den mache. Also es ist nicht so wie X plus Y, sondern es ist eher wie X minus Y. Ja, 5 minus 3 ist was anderes wie 3 minus 5. So, und deswegen ist es jetzt hier so, okay, der Name 2 steht immer noch übrigens an zweiter Stelle, wird jetzt aber überschrieben. Also das Ding heißt nicht mehr Köter, sondern heißt jetzt Rex. So, wenn ich das andersrum mache, dass ich hier quasi Y updated mit X habe, dann wird natürlich hier Rex überschrieben, weil wir es quasi in Y haben und es wird Köter reingeschrieben. Und wir sehen auch hier, was jetzt gerade passiert ist. Wir haben eben den, ähm, ah, stopp. Wir haben Y noch nicht mal ausgegeben, trotzdem wird hier Köter reingetan und Rex wird quasi überschrieben. Wir haben also immer das, was schon vorhanden ist, wird geupdatet. Deswegen heißt das Ding auch der Update-Operator. Das heißt, wir updaten das, was an der linken Stelle steht, mit dem, was auf der rechten Seite steht. Wenn der Key noch nicht existiert hat, dann fügen wir den neu hinzu. Während wenn der Key schon existiert hat, dann überschreiben wir den mit dem, was geupdatet werden soll. Das heißt, auf der rechten Seite steht immer das Neuere. Und da ich, wie gesagt, Köter einen furchtbaren Namen finde, ich würde meinen Hund niemals so nennen, ähm, würde ich ihn eher Rex nennen. Rex ist ein cooler Name für einen Hund und ich sollte auch das Richtige ausgeben. Dann sehen wir hier, aha, mein Hund heißt, also mein zweiter Hund heißt jetzt Rex. Jo, ähm, das ist das Erste. Das Zweite ist was ganz anderes, geht aber auch ein bisschen in die Richtung von diesem Schema hier. Also, dass quasi Dictionaries oder Listen generell, generell die Collections, ein bisschen geupdatet wurden. Das ist ziemlich praktisch, wenn ihr mit Typen arbeitet. Und das heißt, wir haben hier zum Beispiel sowas, äh, Typed Function, ich nenne es jetzt einfach mal so. Also, das ist wie gesagt einfach nur ein Name von der Funktion. Und die nimmt jetzt eine Liste an Hunden, ja, Hunde. So, und wir können natürlich, das kennen wir schon, können diese Liste oder dieser Liste auch einen Typen zuweisen. Also, wir können sagen, hey, in diese Funktion darf nur ein Typ reinkommen. Das heißt, wir sagen hier, okay, das soll bitte vom Typ List von String sein, damit wir wirklich nur Hunden Namen haben. Und ja, wir geben zurück, was geben wir zurück? Ähm, ja, wir geben nichts zurück, doch, wir geben String zurück. Nein, wir geben, wir geben nichts zurück. So, und hier können wir jetzt einfach sagen, okay, das ist jetzt auch wieder neu hier. Wir konnten vorher nicht angeben, zum Beispiel für Listentypen, konnten wir das nicht ohne weiteres so angeben. Jetzt mittlerweile geht's, das ist auch sehr, sehr praktisch. Und wir haben hier zum Beispiel jetzt dann einfach for i in Hunde, print und, äh, print i natürlich. So, und wenn wir das jetzt so machen hier, dann können wir hier einfach die Funktion aufrufen. Das heißt, wir sagen hier Typed Function und geben hier eine Liste ein mit Hundi, Fifi, ups, Fifi und Rex natürlich. So, und, ähm, ja, das ist quasi jetzt für mich eine Kontrolle sozusagen. Ähm, ich kann aber auch hier sagen, okay, ich stecke mal was anderes rein. Stecken wir doch hier einfach mal nur ein String rein, ja. Oder stecken wir einfach mal hier was anderes rein. Stecken wir doch hier mal zwei oder, sagen wir einfach mal ein Integer rein. So, dann kriege ich hier direkt mitgeteilt, ey, ähm, expected type list of String got int instead. So, und das sagt mir direkt, okay, das kann so nicht funktionieren. Und ich kriege hier sogar tatsächlich direkt einen Fehler, logischerweise, weil das Ding nicht callable ist. Aber ich kriege hier auch tatsächlich in meiner IDE schon direkt den Hint, ähm, du, das wird nicht funktionieren so. Und das ist irgendwie sehr, sehr praktisch und kann euer Leben wirklich erleichtern, gerade wenn ihr relativ komplexen Code habt. So, das sind die neuen, äh, Features, die ihr wirklich im Code benutzen könnt. Jetzt wollen wir noch ganz kurz über die anderen Features reden. Und zwar, ähm, haben wir einen neuen Parser bekommen in Python. Vorher hatten wir einen LL-Parser, einen sogenannten Left-to-Right-Parser. Also quasi wirklich ein ganz simpler Parser. Also, was heißt simpel, aber einfacher als jetzt manch andere. Und der geht halt wirklich einfach von oben nach unten, von links nach rechts durch. So, macht einfach ganz normal alles, was man so braucht. Das ist im Endeffekt, ähm, ja, ein ganz normaler Parser eben. Mittlerweile haben wir einen sogenannten PEG-Parser bekommen. Das steht für Parsing, ich packe euch die Links in die Beschreibung, wenn ich dran denke. Ich hoffe, ich denke dran. Parsing Expression Grammar, ja. Ähm, Grammar, oh mein Gott. Das habt ihr nicht gesehen, das ist ein furchtbarer Rechtschreibfehler. Äh, Grammar natürlich. Und, ähm, in der theoretischen Informatik kann man das jetzt sehr, sehr lange diskutieren. Aber, ja, das Ende der Nachricht ist sozusagen, okay, das Ding ist halt einfach schneller. So, Python ist jetzt schneller geworden. Das ist quasi ein Performance Boost, okay. Und das ist das coole Neue dabei. Man wird es jetzt in Python 3.9 noch nicht so stark merken. Ähm, er erlaubt quasi mehr Flexibilität als der LL-Parser. Und das bedeutet, man kann besser neue Sprachfeatures designen. Das heißt, man kann jetzt noch ein bisschen mehr in Python, ähm, ja, 3.10 dann einfach machen. Und 3.10 wird jetzt auch wahrscheinlich schon relativ beikommen. Also, sie haben jetzt angekündigt, sie wollen ein bisschen schneller die neuen Features rausbringen. Und, ähm, eben dann auch nochmal coole weitere Sprachenfeatures machen. So, es gibt allerdings noch sehr, sehr viel mehr, was ich euch leider jetzt nicht vorstellen kann. Es sind noch mehr Performance Boosts dazugekommen. Es sind noch ein Haufen weitere Dinge dazugekommen. Es sind vor allem auch neue Module hinzugekommen. Und alte Module wurden geupdatet, sind jetzt performanter. Ähm, da gibt es richtig coole Updates, wenn ihr mehr Python haben wollt. Also, zum Beispiel noch ein paar coole Module, wie die Graphlip zum Beispiel. Dann sagt mir Bescheid, dann mache ich das. Und, ja, wir hören uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.